Ich heisse Martin, ich bin 34, ich bin Fahrlehrer und ich habe bei Hair & Skin HT gemacht. Ich bin allgemein eine selbstbewusste Person, aber was meine Haare anbelangt, ist so ein bisschen wie ein Verstecken gewesen und ich mache ja viele Videos alles drum und dran und bin schon gerne vor der Kamera gewesen, aber immer so geschaut, welche Perspektive ich jetzt aufnehmen. Das hat mich wirklich mit der Zeit gestört und vor allem, wenn ich bei den anderen gesehen habe, immer schön volles Haar. Dann habe ich mich, also nicht versteckt, aber so ein bisschen wie unwohl gefühlt. Der Grund zu der Veränderung war, dass die Kollegen auch HT gemacht haben, im Ausland. Dann hat er mir auch gesagt, du hast doch auch ab und zu darüber gesprochen und jetzt, als ich das gemacht habe, habe ich ihn auch darauf angesprochen, wie hast du es gemacht, wo hast du es gemacht, wie funktioniert das Ganze und es hat wirklich nicht schlecht ausgesehen. Darum habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal dieser Sache nachgehen, wie das Ganze funktioniert und wie es wirklich bei mir aussehen würde. Als ich auf Hair & Skin gekommen bin, hatte ich eine coole Begegnung mit einer Mitarbeiterin von Hair & Skin und dann hat sie mir erzählt, dass Hair & Skin in der Schweiz gibt und man das Ganze in der Schweiz machen kann und das ist für mich sehr interessant gewesen, weil vor allem im Ausland, die Garantie habe ich dann nicht, die Zeitaufwand, wo ich ins Ausland muss und auch wenn danach etwas ist und so weiter, muss ich wieder ins Ausland und und und. Das ist das Ganze für mich dann zu kompliziert und unsicher gewesen und sobald ich gehört habe, dass es in der Schweiz das Ganze gibt, ist für mich nur das in Frage gekommen. Wie die Behandlung mein Leben verändert hat, sehr positiv, muss ich ganz ehrlich sein. Durch das, dass ich eben ein wenig Haare verloren habe, konnte ich nicht mehr kurze Haare machen. Also man hat es dann gesehen, weil dann habe ich eben immer ein wenig längere Haare gehabt und nachdem ich es gemacht habe, hat jeder, wirklich jeder zu mir gesagt, wow, es sieht mega aus. Und auch selber ich bin mega zufrieden damit und happy. Was mir besonders bei Hair & Skin gefallen hat, ist, wie gesagt, dass es in der Schweiz ist und ich habe wirklich 24-7 zu Hair & Skin gehen können, wenn ich irgendeine Anliege gehabt habe oder auch nach der Behandlung zu der Kontrolle gehen und 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 und. Sie sind wirklich für mich da, sie haben sich um mich darum gekümmert und dadurch habe ich mich sehr wohl und sehr sicher gefühlt.